Einer ist gar nicht richtig voll, einer ist halb voll. Ja, ich hab kalibriert jetzt. Das sind so ne Manikins, so schießt man da rum oder was? Keine Ahnung, hier steht Games und so. Ich seh meine Move-Controller jetzt und da ist das. Alter, geil! Warte. Das hängt da schon übergeil an, Alter. Das steht immer direkt wieder am Film hier. Jetzt muss ich hier kalibrieren. Schön hier, ich bin so in Wasser auf so einen Stein, ne? Ah, warte. Multiplayer, ey, es geht Multiplayer, ne? Ist ja krass. Verfährt jetzt gerade, da können wir zusammen jetzt spielen? Nee, ist gesperrt wegen Demo. Ach so. Ich drück mal auf Singleplayer, ne? Oder wo bist du? Soll ich warten? Genau, warte mal. Ich mach hier die Boxen gerade leider. Aber es ist Optik auf jeden Fall. Kommt optisch auf die Grafik. Sobald es so Comic-mäßig ist, dann kommt es immer schöner. Als wenn die sich da Mühe geben, dass es echt aussieht. Genau, dann komm, dann drücken wir Singleplayer. Guck mal, da kann man sich jetzt aussuchen. Training oder was? Erstmal. Ja, lass mal drücken Training. Genau. Start Battle. Hier sieht's ja geil aus. Loading. Ja, Loading steht auch. Ich hab jetzt erst mal gedrückt. Guck mal, mit so nem Bogen in der Hand. Das ist ja krass. 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 Alter. Oder schießt man da unten oder was? Krass. Ich hab Frauenhände. Hahaha. Ja, genau. Ach so. Zack, hab ich den getroffen. Direkt mit dem ersten Schuss. Zack, der zweite. Jetzt der dritte. Ja. Alle getroffen. Geil. You can use teleport skill to get any platform and then leave it. Was meinen die damit? Da hinten zu der Plattform und dann auf den Daumenknopf drücken. Dann kannst du dich da hin porten. Rüber. Über das Feld. Ah ja, genau. Krass. Da den letzten. Skater schuld. Zack. Was? Goal you skater. Ach so. Ich muss irgendwas anderes drücken. Krieg voll schnell weg. Oder was? Ach so. Ach so. Was meint der? Ach so. Ach so. Und dann Daumenknopf. Und dann ist er so. So. Dann wird er angevisiert. Ne? Was? Use button left and button right hand to cast skill. Ach so. Ja genau. Man muss so. Spannen. Spannen. Und dann. Mit den Daumen. Mit Daumen. Ich musste auch irgendwas machen. Ach so. Da ist so ein Ding. Ah. Wie? Ja genau. Da. Mit der rechten Hand mit Daumen drücken. Dann kommt da so ein Strahl wo du hinschießt. Genau. Aber was dann? Dann loslassen. Aber dann streffst du gar nicht dahin wo ich hinziele. Ja das hatte ich gerade richtig. Da war dann so ein Visier angezeigt. Use. Move button left hand. Ach so. 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 Ah. Was denn? Ich hab's. Drück mal auf mit der linken Hand den Daumenknopf wo du mit dem Daumen bist. Ja. Dann machst du düding. Ja. Dann hast du so umgeskilled ne? Ja und dann? Ja und dann? Und dann kommt es so. Ach so geil. Ist ja geil. Ist ja geil. Ist ja geil. Aber jetzt geht es bei mir nicht mehr. Doch. Immer erst den Daumenknopf drücken und dann wird es anvisiert. Ach so jetzt geht das nicht mal an ne? Ne jetzt muss man was anderes machen glaube ich. Ach so ja. Use button left hand and button right hand to cast skill. Hä? Use. Use get that. Ach so einfach jetzt mit einem Kopfschuss abschießen. Hab ich gemacht. Ach so. Hey jetzt kommen da so neue. War falsch. Aber bei mir geht es gar nicht mehr an dieser Schuss. Ja bei mir auch nicht. Jetzt habe ich wieder angemacht. Ja ich auch. Komischerweise. Aber. Nur wenn das so grün leuchtet. Dann geht das. Und wann ist das grün? Nur beim ersten hat das jetzt geklappt. Ist ja Optik. Guck mal hier runter zu dir. Wenn du so mit dem Kopf nach vorne gehst dann läufst du auch so ein Stück nach vorne. Ja man. Genau. Use move button left. Ja? Ach so ja man genau. Haha. So krass. Haha. Ja man. Haha. Haha. Wo war ich denn? Hä? Der guckt so rum. Dann da drücken. Hä? So? Ich mache es doch wieder da meint. Ich bin jetzt wieder neu gekommen. Guck jetzt. Am Anfang leuchtet das grün. Wie töte ich so einen mit diesen zählen? Und da. Genau das mache ich jetzt auch mal. Er muss den genau in seinen Kopf vielleicht treffen. Hä? Das war vielleicht ein bisschen zu tief oder so in seinen Kinn. Vielleicht auf der genau auf seinen Turban. Hm. Use scattershot to kill all enemies with. Achso alle. Ah alle mit einem Schuss. Bis jetzt verstehe ich. Ah du kannst alle anzielen. Du kannst doch alle grün machen. Genau und dann loslassen. Du kannst doch alle grün machen. Genau mache ich jetzt mal. Krass. Hä? Wieso geht es jetzt nicht? Da anvisiert. Nein. Musst du direkt vom ersten Schuss machen. Musst du nochmal neueres halten. Krass alter. Geil. Also. Verfett. Das drücken. Den anvisieren. Den anvisieren. Und den. Und dann. Und dann loslassen so. Weil du geschossen hast. Auf einen. Achso. Krass. Ja man. Genau. Voll fett. Was mache ich hier? Wie kann man sich nochmal porten? Wave. Eins von drei. Jetzt ist hier gleich los. Was? Krass. Da ist so ein Portal offen. Kommen die Bösen jetzt. Das ist ja so wie Inni machen. Jetzt gerade kann ich den Schuss nicht machen. Jetzt geht's hier ab. Ja ich hab einen. Man kann auch porten. Auf die anderen Stationen. Dann kannst du besser die treffen. Da rechts von dir zum Beispiel. Wie geht es nochmal? Mit Daumenknopf. Rechts. Was? Daumenknopf. Rechts. Porte ich auf die andere Stelle. Krass. Jetzt bin ich auf. Jetzt geht weiter. Weil ich aufs dritte geportet bin. Oh die machen das voll kaputt. Jetzt komm hier. Jetzt geht hier so. Wo ist denn das dritte? Tür auf. Ach da. Ist ja Optik ne? Ja man genau. Kommt ins Kuhl. Ach so die kommen jetzt von beiden Seiten. Oh was machen? Noch krieg ich es ja schnell tot. Ha 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 ha. Das Lumen geht voll ab. Genau. Ach krass. Ach krass. Damage habe ich jetzt aufgesammelt. Aufs Boden. Ach krass. Was ist hier los? Was gehts hier gleich so richtig los? Schnell. Die müssen immer die supporten diese Steine. Dass sie die nicht kaputt machen. Ach so. Genau. So hättet das auch grün. Jetzt kann man auch so zielen. Ach wett. Hab ich jetzt noch gar nicht gemacht. Ja krass. Ich hab die alle so. Geil alter. Ich hab alle tot gemacht. Ach aber jetzt gehts weiter. Victory. Ich hab jetzt noch bobe schützen und so. Geil. Alter. Ich treff den doch. Boah der krippelt hier grad voll rum mit dem scheiß Bogen. Das war so also das Training jetzt hier. Das sieht echt schön aus. Ja victory. Mann ich bin jetzt hier grad so auf dem Meer. Ich lad das jetzt mal hoch. Voll schön sieht das alles aus hier. Single play. Ja.